Der Campus Grüntal der ZHAW liegt wunderbar über dem Zürichsee in Wädischwil. In den letzten 25 Jahren hat das Institut Umwelt und Natürliche Ressourcen die verschiedensten Gärten- und Pflanzensammlungen entwickelt und gestaltet. Seit etwa 20 Jahren kommen mindestens jeden anderen Tag vorbei, wenn nicht jeden Tag. Je nach Jahreszeit kommen wir praktisch jeden Tag vorbei und laufen durch die Zeit durch. Und was mich besonders freut, mache ich immer wieder, jetzt noch, neue Entdeckungen. Ich finde die Gärten vor allem toll für die Pause und über den Mittag. Es ist einfach viel entspannter, man kann sich besser erholen. Ein äusserst wichtiger Teil meines Lebens sind die Gärten hier. Die haben ja das Privileg gehabt, hier in der Nähe zu wohnen, hier zu arbeiten und mithelfen, die Gärten zu entwickeln. In meinem Abschlussprojekt Querbeet zeigen Mitarbeitende, Studierende und Besucher ihr Lieblingsplätze in der Gärten. Sie teilen, was sie wissen und verbreiten weiter, was sie an diesem Ort begeistern. Es zeigt die Vorlieben und Wünsche von Menschen, die mit diesen Gärten irgendeinerweise verbunden sind. Wir laden Sie herzlich zu weiteren Streifzügen in unsere Gärten ein. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020